... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie bleiben befehlig zu mir als Meisterin! Oh, nein, ist das einfach so. Der Militär hat mich verlogen! Der Militär hat mich verlogen! Sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederpresslicher Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich sage Feiglinge! Verreichter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser glauben hält! Jahrelang hat das Militärmalar-Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan! Und jahrelang alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus München das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gelübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerlach, beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und nicht als Lied! W 봐 packen Sie, was Sie oder waren ein Kugel. Und zum Beispiel schon! Aber es ist kor Tah Menge! W Perdeln, wenn Sie rühren! Die Kugel durch quelquezige indicated Wchelten, wenn es unsere Royal R sympathie in um особ פהAK war. Ich kann니, dass ich das hier labelsen umbrellas, weil ich Wohnung, wie hierfür, Es ist wieder böcker, Dann ur Chong Nemest,